hey leute und herzlich willkommen zur auslosung von war das es gibt heute hier ein key zu gewinnen und wir schauen direkt mal wie viele leute mitgemacht haben machen sie auch nicht spannend heute 15 leute haben mitgemacht danke dafür leute dass sie hier an meinem gewinnspiel teilgenommen habt also wer heute jetzt nicht das glück hat und mit dem mord das hier rausgeht sollte sich das spiel auf jeden fall mal bei steam anschauen und man hat bei steam immer noch die möglichkeit das spiel zurückzugeben innerhalb von ich glaube zwei stunden spielzeit und zwei wochen kann man das refunden und wenn es dann überhaupt nicht der fall ist wie gesagt kann man es zurückgeben ich würde sagen jeder sollte dann mal reinschauen und dem spiel eine chance geben ist echt ein geiles spiel finde ich okay machen wir auch nicht lange drum rum hier oder reden wir nicht darum geht los ja herzlichen glückwunsch daniel du bekommst jetzt von mir eine e mail wenn ich darauf eine antwort erhalte dann kriegst du den key von mir und ja herzlichen glückwunsch viel spaß mit dem spiel und alle anderen leute tut mir leid aber macht beim nächsten mal einfach wieder mit irgendwann hat jeder mal glück glaube ich ich selber gewinne auch meistens nichts und daher ich wünsche euch einen schönen sonntag und bis dann ciao 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 ciao